hallo hier ist jörg von planet fahrrad ich zeige dir die kostenfreie swift alternative mywush sie stammt von einem entwickler team aus den arabischen emiraten aktuell gibt es mywush nur für ios du siehst schon der kopplungsbildschirm sieht sehr ähnlich wie bei swift aus man hat auch den kleinen schraubschlüssel zum kalibrieren vom trainer ich hatte allerdings hier oft probleme mit meinem pulsgurt dass der nicht gefunden wurde was mich jetzt verwundert hat oben im startbildschirm kannst du dann die routen auswählen fand ich aber etwas unübersichtlich aktuell gibt es nur arabien es sollen in zukunft aber noch weitere welten hinzukommen jetzt klicke ich in mywush einfach oben auf freeride das ist jetzt hier eine ganz normale fahrt rechts siehst du die ganzen leute die mit mir fahren ich kann jetzt hier auch anschatten oder du klickst direkt auf den namen drauf dann sieht man wo die gerade fahren oben rechts ist die karte die allerdings nur zwei zoom stufen hat das ist auch bei swift besser und daneben ist ja die level anzeige ich bin jetzt hier aktuell auf level 5 ist genau wie bei swift du sammelst da auch für jeden kilometer punkte und steigst da auf über den pfeil in der mitte unten lässt sich die kamera perspektive verändern aber es gibt sonst keine weiteren funktionen wie weit uns geben oder anklingeln oder was ist da alles bei swift noch gibt lediglich noch umdrehen kannst du die routen lassen sich auch flexibel gestalten du kannst dann einfach an den kreuzungen oder an den gabelungen abbiegen und so ganz individuell selber deine radfahrt plan genau das gleiche wie bei swift lediglich die grafik ist schlechter erinnert mich so an einer mischung aus playstation 1 und playstation 2 zeiten ja also da hat zwift mehr zu bieten und das obwohl es wird ja auch veraltete engine nutzt da ist heutzutage eigentlich schon viel mehr möglich unten links über den menü button kommt sondern die einstellung da kann man noch seine sensoren koppeln ein workout starten wenn man nicht schon gleich zum anfang eins ausgewählt hat verschiedene trikots ausrüstungsgegenstände auswählen also andere fahrräder schuhe sonnenbrille und ein avatar gestalten das ist in etwa genauso identisch wie bei zwift in zukunft soll man hier noch ein power meter und den trainer gleichzeitig koppeln können um da einfach noch eine zweite quelle für deine leistung zu haben das finde ich ganz interessant für online rennen klickst du im startmenü auf den kalender wird die übersicht angezeigt wann welche workouts geplant sind oder rennen ja und hier hast du eine riesige auswahl an workouts der unterschiedlichsten leistungsklassen oder du erstellst dir einfach dein eigenes intervall training einfach um die jeweiligen blöcke auswählen runterziehen und dann kannst du hier noch die dauer und den watt bereich verändern fertige workouts lassen sich auch bearbeiten einfach oben rechts auf das kopieren symbol klicken und kannst es dann anpassen mit dem seitlichen schiebe regler änderst du den ftp deines nächsten workouts dann unten nur noch auf workout klicken und schon geht's los wie bei anderen rollentrainern apps siehst du auch hier dein trainingsprogramm in der mitte rechts kannst du noch über die pfeiltasten die intensität erhöhen oder erniedrigen ja und links sieht man einfach wie viele intervalle ich schon bewältigt habe jetzt kommt hier das tor was sehr ähnlich zu swift ist also der nächste intervall fängt an packst du jetzt ein watt bereich nicht dann schaltet sich leider der eaeg modus nicht aus also du musst dann unten extra da draufklicken auf disable eaeg bei swift ist das ja automatisch ja und über diese steuerung kannst du auch noch die intervalle pausieren stoppen oder vorspringen sowie die kamera perspektive ändern oder dass der radfahrer die richtung wechselt hast du dein workout abgeschlossen siehst du dann noch die auswertung und wie viele einzelne intervalle du korrekt bewältigt hast im startbildschirm könnte man jetzt denken boah bei mywush gibt es relativ viele rennen und events ich habe jetzt hier einfach mal auf participate geklickt und bin jetzt hier direkt drinnen sieht auch vom startbildschirm genauso aus wie bei swift jedoch auf dem zweiten blick das sind hier alles keine echten menschen sondern nur bots die mit einem festen watt wert das ganze rennen absolvieren die bots mit derselben trikot farbe haben die gleiche leistungsklasse und bleiben dann immer zusammen bei dem mountain race geht es wieder namen schon sagt auf einen berg hoch und dann wieder runter dann gibt es noch rennen ganz normal in dubai wo es wichtig ist da eine gruppe zu erwischen und da im windschatten zu bleiben etwas abwechslungsreicher fand ich die rennen mit den zwischensprints da geht es immer mal kurz einen kleinen hügel hoch oder ganz normal im flachen terrain und du hast dann immer eine kurze information hier jetzt fängt die sprintzone an und so und so viel meter sind es noch bis zum ziel und da bekommst du halt dann immer punkte beziehungsweise wenn du gewonnen hast dann ein anderes trikot es ist aber trotzdem insofern langweilig weil die bots einfach wirklich stur die gleichmäßige geschwindigkeit fahren oder beziehungsweise die gleichmäßigen watt bereich also hier ist keine irgendwie eine künstliche intelligenz die so ein bisschen dann variabel fährt so wie man das bei rennspielen ja kennt oder bei der virtu pro app wo die anderen fahrer wirklich dynamisch reagieren und da auch versuchen berghoch zu sprinten anzugreifen das hast du hier überhaupt nicht wenn die watt anzeige grün leuchtet bedeutet das dass du gerade im windschatten fährst sonst wird immer noch kurz angezeigt wie viel meter du noch brauchst es gibt noch ein renn dort ist der windschatten deaktiviert das ist wie so eine art zeit fahren da starten zwölf bots mit einem und da muss man einfach versuchen die runde durchzuhalten und nach vorne zu kommen jeden freitagnachmittag findet dann noch ein echtes rennen mit wirklichen menschen statt dazu muss man sich allerdings vorher da richtig auf der webseite registrieren dabei und team beitreten da gibt es auch glaube ich preisgelder aber ja mir war das irgendwo zu kompliziert ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht als fazit die app my woosh hat auf jeden fall potenzial es müsste halt nur noch ein bisschen hier an der grafik was gedreht werden und vor allem auch eine version für windows oder mac und android herauskommen und die community ist auch noch stark ausbaufähig also das wäre wirklich toll wenn es da normale gruppenfahrten und rennen mit echten menschen gibt so wie es ja in den anderen apps das auch geht das mit den bots ist an sich vielleicht eine ganz gute idee da kann man immer zu jeder zeit fahren aber die müssten einfach noch irgendwie ein bisschen dynamischer sein und nicht so statisch dafür muss man natürlich fairerweise sagen die app ist bis jetzt kostenlos abends sind so laut den ihren angaben was man da am start sind so 200 bis 500 leute in arabien aber ob das wirklich stimmt oder wie viele davon bots sind das kann ich nicht sagen weitere rollentrainer und indoor apps habe ich für dich in auf meiner webseite vorgestellt den link dazu findest du in der beschreibung dann vielen dank fürs reinschauen ich wünsche dir alles gute kommt gut durch den winter dein jörg ciao